Na, ich lass es mal lieber. Sonst verpackt sich das wieder. Da liegen noch die Überreste von dem Gegner. Schneller. Hopp, hopp. Kommen da mal wieder blaue Kristalle? Scheint nicht so. Tja. Tja, ja, ja. Das ist nicht so schön. Ich sollte mal wieder nämlich was Neues spawnen. Und der Block verschwindet da nicht. Ist das richtig? Ne, der verschwindet nicht. Ja, das sind eben so die Bugs. Der ist da schon da. Aber er wird trotzdem noch angezeigt. Ja, das sind halt die Bugs. So. Jojo. Huba. Platoon. Pepton. Uri. Joss. Weber. Und... Jojo. Die Namen. So. Fertig? Ja. Wenn sie fertig sind, dann bleiben sie einfach immer stehen. Wie man ja gerade gesehen hat. Äh, warum hat er jetzt zwei gesetzt? Okay. Nächste Etage. Nächste Etage. Also, nächste Baureihe. Wie auch immer. So. Drei Minuten fünfzig. Nicht so, ne? Beginnt. Ja. Aber das Ding nimmt schon mal voran. Der Turm. Ja. Ich werde gleich mal einen mit beauftragen, den Wald hier abzuholzen. Ja, komm, das mache ich gerade mal. Habe ich hier nicht mehr Platz zum Bauen? Ich weiß, irgendwie kann ich das jetzt noch verschieben. Ja, so. Irgendwie wusste ich noch. Ne. So. Ne, das war eben ein Fehler. Der Tutor nämlich, äh, das auch noch irgendwo hinbringen. Und das will ich eben nicht. Deswegen. Muss ich das alles jetzt von Hand abbauen. Gut. Dann werde ich das wohl tun müssen. Weil man ja keine andere Wahl. Warten, hier, komm. Fangen wir hier an. Jetzt den ganzen Wald abholzen. Oje. Ja, da müssen noch ein paar Steine gesetzt werden. So, dann kannst du mal Holz hacken. Wie viel Prozent? Das waren immer noch 18. Nicht gut. Und das Holz fliegt runter. Geronimo. Das auch. Geronimo. I believe I can fly. Ja. So ähnlich sagen sie's. So oder so ähnlich. Einer fliegt trotzdem. Ah, seid ihr schon fertig? Okay. Sag doch was. Chui. Oh. Oh. Nicht gut. Dann. Beheilung, 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 Beheilung. Der Bogenschütz ist oben. Und der hat jetzt schön eine gute Reichweite, so dass er halt an nähernde Feinde schon mal aus der Entfernung abschießen kann, als wenn er am Boden stehen würde. Weil den darf man nicht in den Nahkampf schicken. Da hat der K. keine Chance. 50 Prozent. Und er verfehlt natürlich. Jetzt triffst du aber bitte. Danke. So, und den macht der Revereer kaputt. Perfekt. Und noch vier weitere Gegner sind im Anmarsch. Da sehen wir schon mal zwei. Du tötest den natürlich nicht, weil du verfehlst. Idiot. So. Aber den tötest du jetzt. Nein. Nein. Ah. Töte den. Perfekt. Und du jetzt den. Ja. Schön. Keine Einheit verloren. Uh, da ist noch einer. Wo ist denn der hin? Du sollst schon arbeiten und nicht wegrennen. So. Neue Seelen. Rund überstanden. Oh nein, zu verlieren. Perfekt. Also es ist wirklich blöd, wenn man einen verliert. Sollte eigentlich nie einen verlieren. So, den schicke ich jetzt wieder runter. Und du hast warum auch immer ein Holzding in der Hand. Ne, warte mal. Warum hat der Revereer jetzt das in der Hand? Hallo? Seit wann kann der das? Äh. Hallo? Ja, klasse. Und der kann das jetzt auch, oder wie? Ach, ne. Das ist jetzt ein Scherz. Äh. Ja, dann. Okay, das geht. Da mal abladen. Das andere bleibt mir nicht übrig. So, 81%. So, 81%. Ah, okay. Also kann ich die Holztransportmittel nutzen. Äh, aber Transportmittel nutzen. Kann der jetzt auch, äh, Holz hacken? Ne, okay. Er kann nur was transportieren. Okay, und du sollst das jetzt da abladen. Hallo? Hier. Zack. Perfekt. Das ist mein Kerle. Mit einem wollte ich ja Holz hacken. Ganz vergessen. 87. 89. Äh. Wo geht? So, du mal weiter Holz hacken. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich spawne einen Barrier. Und einen, äh, äh, einen Entbogenschützen. Ich kann das nicht aussprechen. Archer, Etcher. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Nicht schon wieder. Naja. Egal. So, fertig. Nächste Reihe. Okay. Ach, nur eine Reihe. Ich bin das... Ich will halt immer eine zweite bauen. Warum auch immer. Ich hätte ja eigentlich jetzt auch eine... ...Fensterbaut.